Fast schon, 1,6, das kriegen wir immer. Shit, shit. Und willkommen zurück zu GTA. So, wir sind immer noch mit Trevor unterwegs. Hatte ich die gerade an Eier gepackt? Kann schon passieren beim Trevor. Ich hatte letztendlich noch ein paar Fehl-Schnitte drin, aber passiert mal. Tut mir auch echt leid. Das sind die mit dem Bus. Cool. Boah, Alter. Voll da dicke Ding. Ja, ich hab ein dickes Ding. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich bin ein bisschen verschnupft oder so. Also, was, verschnupft? Oh, da ist irgendwas. War das eigentlich das letzte Mal schon? Soll ich dem eine hauen, aber was macht der jetzt? Warte, komm. Komm, ich fahr dir nach Hause. Muss das jetzt echt machen? Ich muss ja echt nach Hause fahren. Zufällige Fahrgäste, ja, geil. Mann, da können wir nicht raus. Wer hat den Bus-Tender hingestellt? Okay, fangen wir hier raus. Fahr lieber langsam, nix. Ja, sehr geil. Ich kann immer besser fahren. Oh, Entschuldigung. Hauptsache, der besoffene fährt nicht. Ma, da achtet man auf die Navi da unten. Jetzt aber. Oh, hier muss man eine Runde Multiplayer hochleiten. Oh, geil. Ich komm mich mal... Ich komm mich einmal einloggen bis jetzt. Sehr nice. Spannend, was mir das hier überhaupt bringt. Hier rein? Ja, cool. Passt schon. Oh, Mann. Immer, wenn man mal zwischendurch so zockt. Ah, genau. Ich muss für den Raub... Ich muss für den Raub noch ein paar Sachen besorgen. Ach, guck mal, warte mal. Die Klamotten, von denen ringen mich so auf. Der sieht so abgefuckt aus. Sieht bestimmt sowas von scheiße jetzt aus. Es ist schwer, zu motiviert in dieser Recession. Warte mal. Nee. War das hier? Nee, sind auch nur Jacken. War das hier? Oberteil? Oberteil ist gut. Ach, guck mal. Das passt doch cool. Das passt doch cool. Yeah. Wann nehmen wir denn da ausgewaschene Jeans? Komm, so ein bisschen... ...fresh. So eine schöne Hose. Schmutzige Jeans, ja toll. So hat er nicht gerade scheiße... Ah, warte, Schuhe wollte ich noch. Warum hat er die Hose denn so hoch? Wo sind denn Schuhe, Mann? Ah, hier. Ich dachte, ich kenne mich hier aus in dem Laden. Hui. Ich will keine eleganten Schuhe. Auch die Jeans ist kacke. Was haben die denn noch? Ach, komm, bleibt jetzt. Ist auf jeden Fall schon mal 150% besser als vorher. So, und jetzt fahren wir zu einer der Punkte, oder? Und holen aber rein. Oh, warte, das ist ein geiles Auto. Komm, ja. Oh, der ist doch schön. Ein Buffalo. Oh. What the fuck. Ich kenne nur Vollgas. Man kann auch sogar dosieren mit dem Pad. Hey. Soll ich mal zu dem HS fahren, oder wohin? HS. Ja, doch, fangen wir zu HS. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier alles brauche, davon ab. Okay, hier durch den Tuttle, den kennen wir schon. Nein, jetzt war gar nichts. Damn. Damn, man. Okay. Okay. Ach, genau, da. B. Oder nach B? B? Fragezeichen? Fahren wir nach B Fragezeichen näher dran. Kann ja nur gut sein. Warte mal. Hier, guck mal. Okay, allen Antischernach ist er oben. Hallo. What? Hier. Ach, der Drogentyp. Muss er da auch noch hin? Okay. Das kennt ich doch schon. Where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right to consume medicinal plants. Legalized smoke? Yeah. Oh nein, Aliens, noch eine Runde. Yeah. Okay, Erdclowns. Sehr nice. Hui. Erledige die Clowns. Okay. Ohne Schaden klappt schon mal nicht. Wo war denn der andere? Hä? Das ist ein riesiger Punkt. Ach, da ist ein Auto. Immer drauf, immer drauf. Weg damit. Oh. Oh sorry, da war einer im Weg. Das wollte ich doch nicht. Warte, warte, hier kommt einer. Uuh. Schon mal nachladen? Neue Clowns. Oh fuck. Meine Energie. Oh mein Gott. Komm, ich schieße einfach mal drauf die ganze Zeit. Komm schon, geh doch hoch. Ja genau, jetzt ist leer oder was? Oh, sind da viele? Die umzingelt mich. Komm, visierte den da hinten nicht an. Oh, ich sehe gerade. Scheiße. Die kommen alle von links. Jetzt schieße ich doch mal auf den da drauf. Was ist denn los mit dem? Die Zielhilfe geht ja gar nicht mehr. Irgendwann ich das Gefühl, muss die Autos ab platt machen. Komm mal her, wir laufen jetzt mal einmal rum. Sehr gut erwischt. Hehe. Aber irgendwie geht das Auto nicht kaputt. What the fuck? Komm schon. Oh fuck. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, dass die Clowns waren da hinten kaputt. Huh. Oder habe ich irgendwas überlesen? Ich glaube doch nicht. Was ist denn los? Lauf Trevor, lauf. Die Clowns kommen. Oh fuck. Dann kommen wir mal von hier. Fuck. Oh, ein bisschen. Ja, er ist weg. Ja. Hehe. Heil dich doch. Okay, er, ah gut, er heilt sich. Er heilt sich. Ach, diese, dieses Kindergeschrei, ne? Was ist das? Jawoll. Boah, war das ne Scheiße jetzt. Komm, das reicht das mit den Clowns. Ja, genau, noch mehr. Alles cool. Bam. Ah, da hinten ist noch Clownswagen. Cool. Ja, cool. So, egal. Immer drauf. Immer drauf. Ich konzentriere jetzt mein Feuer auf dieses eine Ding. Ich selbst nicht jetzt sterbe, ich mache die Mission nicht nochmal, die Scheiße. Die bringen uns außerdem nicht weiter. Jawoll. Boah, Alter. Alle nacheinander. Cool, cool, cool. Immer drauf. Okay, die müssen eindeutig aus dem Irrenhaus sein. Warte, jetzt geht doch mal kaputt. Da hinten, wo voll kackt, lass da. Was ist denn los? Da bin ich ja immer zu weit weg. Ich hab keine Ahnung. Ja, selber schuld. Wann stellt sich am Weg? Komm, jetzt aber. Der Träger kaputt. So, da haben wir nur einen. Einer, da kommen immer neue raus. Fassend nicht. Oder was ist das hier mit Wellen? Das ist gut, wenn wir weitergehen. Sehr gut. Geiles Schießübungen. Ja, voll, ey, meine Güte. Hier hinten ist noch irgendwo einer. Egal. Immer drauf. Nein, es kommt von da wieder welche. Komm, mach fertig. Ja, cool. Das ist echt ne geile Übung. Er ist besser geworden. Dann schießen. In den Ellbogen rein. Yeah. Habe ich's geschafft? Komm, bitte. Jawoll. So, ne Scheiß. Scheiß Mission. Don't say nope to the dope. Stand da drauf, ja, ne? Präventivschlag. Don't say nope to the dope. Okay. Okay, man. So, warte, wo ist mein Auto? Ich glaube, da ist mein Auto. Außer ich finde noch ein besseres jetzt. Und dann fahren wir zum nächsten Punkt. Hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Gebe ich ja zu. Aber gut, schießen gegen hoch. Schießen. Sehr gut. Und dann fahren wir zu HS. Ach, genau. Ich brauche ein Heli, ne? Ein Heli aus Ford, bla bla bla. Ach du Scheiße. Ist das weit weg. K-Kombo. Ah, ne, hier. Guck mal. Was war hier? Tauchboot. Und den... Ja, hohenweißer. Tauchboot. Okay. Aber egal. Ich sollte dich daran erinnern, dass du... Uah. Wir werden in drei Zügen. Dass ich das Tauchboot brauche. Ja. Okay, war nicht so gut. Warum hat er eigentlich nichts an der gar nicht? Ich war ja woanders. Ich habe ja nicht jetzt zu Hause gestartet. Habe mich gerade gewundert, warum nicht sein Auto hat. Das war doch schneller. Gerade für so eine Tour jetzt da hoch. Klappt alles. Oh. Aber hier fährt auch kein Sportwagen rum. Oh. Nein. Boah, habe ich da mehr drauf geguckt. So. Laternen sind überbewertet. Weiter durch. Jetzt komme ich da gar nicht rüber. Und jetzt bin ich so schnell zum rüberfahren. Passt schon. 1,6. Das kriegen wir immer. Die Dauerrupe. Okay. Wenn ich jetzt hier einfach links abbiege, glaube ich. Verdammt. Jetzt keinen Bock. So. Fertig. Okay. Okay. Da sagt keiner was. Ich glaube, er kann da nicht mehr, oder? Also, ich glaube, da wäre mit dem Auto einmal rumfahren weiter schneller gewesen. Wie komme ich denn an das Tauchboot? Ich kann aber lange rennen. Er leckt mich am Arsch. Oh. Jetzt hat es gerade geblinkt. Da dachte ich, bleib mal stehen. Doch, komm, da ist es. Da ist es. Ja. Ja. Hol dir das Tauchboot. Warte, komm, da komme ich da noch irgendwo. Gechillter hoch? Glaub nicht, oder? Mann, da ist es da oben. Oh, Mann. Ich dachte, er war da ein Köpfer drauf. Kann er mal hochschwimmen, bitte? Ich habe Glück gehabt. Ich dachte, ich ertrink hier. Schneller rein. Wo muss ich denn hin, Mann? Ach, da muss ich hin. Also einmal rechts rum. Okay, dann ankreuzen. Nö. Die Menschenrechte Offenheit ist, wenn die US-Gövernheit nicht beschädigt alle ihre Kontraktoren von irgendwelchen von einem bestimmten Stift, Militär, oder Sivillian. Sie sind imut von Prosecution. Sie verhören wie sie sind. Murdering, Stealing, High-on-Power-Gunst und Anaboholik-Steroids. Lachen. Obwohl braucht sich der Tauchboot eigentlich? Ich glaube schon, oder? Oder muss ich nur den Heli holen? Obwohl, das habe ich ein Tauchboot, was soll das? Okay, ich würde sagen, ich fahre da jetzt mal gemütlich hin und ansonsten, ja, bis im nächsten Part. Tschö!